Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus Raft. Ja in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben beim Anfang und ja da haben wir schon angefangen den Wasserfilter zu bauen und ein bisschen das Floß erweitert und auf der ersten Insel waren wir auch. Und ja jetzt machen wir da eben weiter und fangen jetzt schon wieder an mit Sachen zu sammeln und ja jetzt haben wir schon die ersten Baupläne auch gekriegt. Und ja, aber jetzt brauchen wir, ah das war jetzt zuviel und ja da kommt auch der Heus schon wieder. Ah und ja. Dann machen wir da weiter würde ich sagen. Da muss ich kurz ein bisschen So, den Sound ausmachen und ja, oder machen wir ein On-Wartet-A-Bisschen. So. Ob 10% ungefähr und Jo, damit wir ein bisschen Musik haben da in dem Spiel. Aber jetzt brauchen wir erst einmal Plastik. So, dann komm her da. Jo, passt perfekt. Dann machen wir da erst einmal wieder zu. Damit uns der Hei wieder ein bisschen weiter weg bleibt. Und da die Holzblanken noch. Ah, wie sind's jetzt? Packt's wieder grad. Oh, kommere. Ah, da ist er wieder. Jo, ab und so packt das noch. Ich weiß nicht, da ist glaube ich ein Fehler im Update drin. Aber naja, auf die Kleinigkeit kommt's jetzt auch nicht drauf an. Aber das werden sie hoffentlich im nächsten Update fixen. Und ja, dann geht's schon wieder dahin. Ja. Na, jetzt bin ich eingefallen. Ah, der Hei kommt weg. Aber jetzt brauchen wir zuerst einmal einen Ofen. Wenn wir mal was trinken, dann müssen wir da wieder mit Salzwasser auffüllen. So. Dann müssen wir uns den Ofen bauen. Hätte ich gesagt. Weil ich brauche was zum Essen. Wissen wir das jetzt. Und dann stellen wir den da daneben hin, hätte ich gesagt. Machen wir ein paar Planken ein. Und dann legen wir einmal die Kartoffeln drauf. Und sammeln dabei schnell weiter. Ah, daneben. Und jo. Ich weiß nicht, das Seil ist immer zu kurz. Immer. Eieiei. Aber jetzt kommt ja was. Ja. Und so geht's da hin mit dem Floss. So. Da ist noch ein Foss, aber das wird wieder zweitweg sein. Und dann muss ich einmal kurz schauen, wo ist der Forschungstisch braucht. Ah, da brauchen wir noch Planken. Dann sammeln wir erst einmal Planken und Plastik. Und Ballenblätter. Eigentlich das Standard, was wir immer brauchen. Ah, da kommen wir da auf der Balken. Aber jedes Mal liest das zu kurz. Jo. Und wenn man jetzt auf Diesel was essen. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir als nächstes machen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wie geht er jetzt einfach? Ich muss so ein, weil das hat man alles zu lange da. So. Ah, der Hai. Das war jetzt wieder nicht gut. Aber wirst du machen, sonst kommen wir gar nicht voran. Warte mal, bis das da ist. Jetzt schauen wir einmal, wo es der Forschungstisch braucht. Ah, Blanke noch. Warte mal, bis die Blanke da ist. Ah, das war wieder daneben. Und jo. So, jetzt haben wir den Forschungstisch. Und jo. Jetzt habe ich wieder frische Taste gerückt. Ah, ei, 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 das ist. Jo, jetzt können wir uns den Forschungstisch machen. Jetzt kann ich einmal reden, was ist mit dir. Ei, ei, ei. So. Oh, da ist bei, haben wir kurz. Ah, jetzt kommen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Immer Wasser und Lebensmittel oder halt was zum Essen haben. Das ist das Wichtigste. Da können wir nichts mehr erforschen. Ah, nichts mehr. Ja, was braucht denn unsere Segel? Oh, was braucht denn unsere Segel? Okay. Weil. Und dann kommen wir doch gar nicht voran. Sendbalken. Mann, 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 Mann. Immer ist es so kurz. So, dann schauen wir mal das noch schnell. Jo, mit dem können wir uns dann eben. Da muss ich jetzt schon eben. Ja, sei es okay. Also nicht so, machen wir mal das so sammen. Das wird nämlich kurz sein. Nö. Schade. Schade, schade. Ah, da kommen jetzt mal gute Fäser. Oh, jo. Hm. Dann würde ich sagen. War das alles schon mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch dann Lust sucht, gerne eine Bewertung in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao.